NDR 1 Welle Nord, gesegneten Sonntag. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Kirchenmagazin der Radiokirche. Ich bin Marco Vogt und ich habe diese Themen mitgebracht. In der Sommerzeit haben viele Zeit zu lesen. Darum geht es heute gleich um zwei Bücher, einen spannenden Krimi und ein sehr interessantes Sachbuch. In der Kolumne teilt meine Kollegin Julia Heide de Lopez ihre Gedanken mit uns. Und zu Beginn setzen wir unsere Reihe über die Orgeln des Nordens fort. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören. E-Gitarre, Bass, Schlagzeug und E-Piano, die gab es vor 170 Jahren natürlich noch nicht. Und trotzdem ging es in manchen Kirchen im Gottesdienst auch damals schon ziemlich laut zu. Dafür sorgten die Orgeln. Hans-Joachim Kohl hat mit Friedrich Drese über die manchmal ziemlich lauten Orgeln von Friedrich Wilhelm Winzer gesprochen. Der Orgelbauer Friedrich Wilhelm Winzer hatte um 1850 an der berühmten Abt-Schnittger-Orgel im Lübecker Dom große Reparatur- und Umbauarbeiten vorgenommen. Friedrich Drese, Orgelbauer und Leiter des Orgelmuseums in Malchow. Er hat, weil er ältere Orgeln umgebaut hat, damit auch ältere Werke erhalten. Orgeln, die vielleicht nicht mehr stünden, hätte er nicht modernisiert. Inzwischen sind manche wieder restauriert worden. Da ist sein Beitrag wieder verschwunden. Und man ist auf das ältere Modell zurückgegangen. Die Abt-Schnittger-Orgel im Dom zu Lübeck wurde 1942 nach einem Luftangriff zerstört. So ging auch die Modernisierung durch Friedrich Winzer verloren. Nur in Nordwestmecklenburg blieben einige kräftige Orgeln von ihm erhalten. Die Orgeln von Friedrich Winzer sind relativ stark im Klang. Diesen Klang hat er aus Thüringen mitgebracht. Manche bezeichnen den Klang als etwas sehr laut, als schreiend. Das hat man schon zu seinen Lebzeiten festgestellt. In einem Abnahmegutachten habe ich gelesen, dass der damalige Orgelsachverständige geschrieben hat, über zwei Register, zwei Pfeifenreihen, die sind wirklich nur zu gebrauchen, wenn die Kirche sehr voll ist. Also man hat damals schon festgestellt, die Orgeln sind gewöhnlich sehr, sehr kräftig. Der hat ja nicht nur laute Register dort gebaut, sondern es gibt auch leise Stimmen. Aber eben im Volumen, in der Summe, sind die Orgeln relativ laut. Konstanter und moderner war der Orgelbauer Friedrich Wilhelm Winzer in der Qualität seiner Mechanik in den Orgeln. Doch viele Orgelsachverständige damals kannten die modernen Mechaniken von ihm nicht und waren skeptisch. Ganz anders die Kirchengemeinden, die eine neue Orgel brauchten. Er hat einfach durch seine Leistung überzeugt. Es gab mehrere Gemeinden, die haben sich direkt an Winzer gewandt. Die wollten überhaupt kein anderes Angebot eines anderen Orgelbaus, sondern haben gesagt, wir wollen den und mussten sich auch gegen die zuständigen Ämter durchsetzen und haben das auch geschafft. Gott sei Dank für Friedrich Winzer und die nächsten Generationen in den Kirchengemeinden. Sie hatten eine moderne, kräftige und langlebige Orgel. Das war zum Jahr der Orgel ein Beitrag von Hans-Joachim Kohl. Bei unserem nächsten Beitrag bleiben wir in der Kirche. Doch die wird nun zum Ort des Verbrechens. Bernd Schwarze ist Pastor an der Lübecker St. Petri Kirche. Jetzt hat er ein Buch geschrieben. Mein Wille geschehe, heißt es. Und es ist ein überaus erfolgreicher Krimi, der im kirchlichen Umfeld spielt. Wer Mein Wille geschehe liest, merkt schnell, das ist kein typischer Krimi, sondern ein Buch mit Tiefgang. Bernd Schwarze sagt dazu. Also ich sage mal, ich habe mir schon viel Mühe gegeben mit der Sprache. Ich wollte wirklich, dass es sich gut liest, dass es auch eine Art, ein bisschen musikalischen Stil vielleicht hat. Und mir war es auch wichtig, dass dieses Buch einen Tiefgang hat. Also es sollte nicht besonders gewalttätig sein oder blutig, wie solche Bücher oft sind, sondern ich wollte tatsächlich viel auf die Psychologie der Figuren legen. Aber auch ein bisschen die Leserinnen und Leser zum Nachdenken auffordern über ganz elementare Fragen der Religion und Philosophie. Wenn ein Pastor ein Buch schreibt, ist er dann nicht versucht, auch ein bisschen zu predigen? Also es ist jetzt nicht absichtsvoll Verkündigung, aber es ist das, was ich eigentlich auch in meinen ganzen anderen Formen immer wieder tue, zu versuchen, große Themen, die mich auch bewegen und von denen ich ausgehe, dass sie Menschen berühren, einfach in Erzählformen zu stecken, in denen sie etwas auslösen und auch so eine emotionale Tiefe bekommen. Das Buch spielt in den zwei Wochen vor Ostern, also in der Passionszeit. Und wer sich ein bisschen auskennt und genau liest, der wird einige Anspielungen auf Passion und Ostern entdecken. Oder, Pastor Schwarze? Ich will mal sagen, es sind eher wenige, die sehr deutliche Anspielungen an die biblische Passionsgeschichte und es gibt da eine ganze Reihe davon, die sie bemerkt haben. Und für mich war es aber auch wichtig, so zu schreiben, dass Menschen, die sagen, ich will einfach eine spannende Geschichte lesen, dass die die trotzdem genießen können. Aber dass so einige vielleicht doch ein bisschen abtauchen und sagen, am Gründonnerstag, dem traditionellen Tag der Einsetzung des Abendmahls, geht er in so ein Lokal und trifft da so einen eigenartigen Zimmermann. Nun ja, es gibt so ein paar Botschaften rund um die Passionszeit und Ostern und in der Tat, irgendetwas mit Auferstehung muss da schon auch noch passieren zum Ende hin. Also, wer gern einen guten Krimi mit Tiefgang liest, Mein wilde Geschehe kostet 14,99 Euro und ist auch schon als Hörbuch zu haben. Das liest übrigens Bernd Schwarze mit seiner schönen Bassstimme selbst. Und vom Krimi kommen wir nun zu einem interessanten Sachbuch. In der Männerrepublik lautet der Titel eines Buches von Thorsten Körner, das es in sich hat. Susanne Kühn stellt es uns vor. Am 10. November 1961 ist das Maß voll. Im Bonner Palais Schaumburg verhandelt Kanzler Adenauer über die Besetzung seines vierten Kabinetts. Eine Frau im Ministeramt ist wieder einmal nicht vorgesehen. Deshalb machen sich vier Politikerinnen auf den Weg, um genau dieses einzufordern. Doch man lässt die Frauen abblitzen. Nein, vorerst keine Zeit. Man möge warten oder auch nicht. Die resolute Helene Weber ordert Stühle, organisiert Getränke und eine Platte mit Schnittchen. Man bleibt und sitzt. Es wird Abend. Und es wird erfolgreich. Helene Weber, eine der Mütter des Grundgesetzes und aktiv in der christlichen Frauenbewegung, stürmt zu später Stunde in die Männerrunde. Sie erstreitet für die Juristin Elisabeth Schwarzhaupt als erste Frau in der Bundesrepublik ein Ministeramt. Aus heutiger Sicht kaum zu fassen, was der Autor Thorsten Körner in seinem Buch in der Männerrepublik da zutage fördert. Frauen waren in der Herrenriege der Bundespolitik gar nicht vorgesehen. Eroberten sie trotzdem die männliche Bastion, dann hatten sie einiges zu ertragen. Sie schütteln die Köpfe, ringen Umfassung, die Gesichter biegen sich unter Gelächter und grinsen. Man wirft einander vielsagende Blicke zu, haut auf die Pulte und die eigenen Schenkel. Man weiß nicht, wie ihm geschieht. So geschehen nach einer Antisexismusrede der grünen Abgeordneten Waltraud Schoppe 1983. Thorsten Körner zeigt, Politikerinnen im Bundestag wurden offen und durch die Bank von Vertretern aller Parteien diskriminiert. Die doch die Begriffe christlich, sozial oder frei im Namen tragen. Und ebenso von Politikern der Grünen. Der Autor schildert, wie klug und couragiert die Frauen Widerstand leisten. Sie kämpfen, weil sie es müssen und können. Frauen wie Rita Süssmuth, Renate Schmidt, Petra Kelly oder Hildegard Hambrücher. Frauen mit Sachverstand, Charisma, Witz und einem starken Willen. Wie Angela Merkel, die in ihrer Anfangszeit im Bundestag kaum Respekt erfuhr. Mit einer ähnlich gönnerhaften und selbstherrlichen Art begegnen ihr die meisten westdeutschen Politiker im Kabinett. Man nimmt sie vor laufender Kamera gern in den Arm. Na, Mädel, willst du auch ein bisschen mitmachen? Man weist ihr den Platz zu. Man zeigt der Republik, wer hier Herr im Haus ist. Das Buch in der Männerrepublik ergreift Partei für Frauen in der Politik, nennt verdiente Politikerin und das Problem, das männliche Kollegen mit ihnen hatten und haben, endlich beim Namen. Wertschätzend, entlarvend und respektvoll. Ein absolut spannendes und unterhaltsames Buch mit einer Geschichte, die noch nicht zu Ende erzählt ist und hoffen lässt. Das Buch in der Männerrepublik, wie Frauen die Politik eroberten von Thorsten Körner ist als Taschenbuch für 12 Euro zu haben. Eine Leseempfehlung von Susanne Kühn. Und am Ende steht auch heute wieder unsere Kolumne. Herz, Kreuz, Anker heißt unsere Kolumne. Heute hat sich Julia Heide-Di-Lopez ihre Gedanken gemacht. Er ist kein Volkssport, geschweige denn olympisch, aber Beach-Handball macht im Augenblick richtig Schlagzeilen. Das Nationalteam der Beach-Handball-Spielerinnen aus Norwegen bekam vor kurzem bei einem Turnier eine Strafe von 1.500 Euro aufgebrummt, wegen unangemessener Kleidung. Man sollte meinen, die Norwegerinnen seien im Skidress zu ihrem Match erschienen. Doch ihr Vergehen war, sie trugen kurze Radlerhosen anstatt der vorgeschriebenen knappen Bikini-Höschen. Auch die deutschen Kunstturnerinnen setzen in diesen Tagen in Tokio mit der Wahl ihrer Kleidung ein Zeichen. Sie tragen statt der üblichen Turnanzüge mit hohem Beinausschnitt eng anliegende, elegante Ganzkörperanzüge. Das ist erlaubt, aber trotzdem so ungewöhnlich und mutig, dass sogar die Washington Post und die amerikanische Vogue darüber berichteten. Die Turnerinnen sagen, so fühlen sie sich wohler, denn immer wieder haben sie erlebt, dass die Grenze zwischen Ästhetik und Sexualisierung in ihrem Sport überschritten wurde. Vollste Solidarität mit diesen jungen Athletinnen. Ich kann das gut nachvollziehen. Dabei habe ich so einen knappen und, seien wir ehrlich, ständig kneifenden Turnanzug seit der Grundschule nicht mehr tragen müssen. Und diese Frauen sollen sportliche Höchstleistungen erbringen, während die halbe Welt ihnen in den Schritt schielt. Wenn manche Profisportlerinnen nun also etwas längere Hosen tragen, geht es nicht nur um ein paar Zentimeter mehr Stoff, sondern es steckt darin ein großes Stück Freiheit. Die Freiheit, selbst zu entscheiden. Laut und ehrlich zu sagen, mein Körper ist mein Zuhause. So fühle ich mich wohl und so nicht. In dieser Weise zu sich selbst zu stehen, in der Ganzheit von Körper, Geist und Seele, das ist eine Freiheit, zu der auch der Himmel ermutigt. Ich hoffe, dass diese Botschaft nachwirken wird, auch über den Sport hinaus. Denn immer noch müssen Frauen weltweit dagegen kämpfen, dass andere über sie und ihre Körper bestimmen wollen. Häufig geschieht das durch diskriminierende, sexistische Kleidervorschriften. Und was die Geldstrafe für die Beachhandballerinnen angeht, die amerikanische Sängerin Pink hat angeboten, dafür aufzukommen. Sie sei stolz auf das norwegische Frauenteam und den Protest. Gut gemacht, meine Damen, schrieb sie auf Twitter. Weiter so. Danke an Julia Heide de Lopez. Und mit diesen Gedanken geht der Kirchen-Podcast für heute zu Ende. Ich bin Marco Vogt und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Ich bin Marco Vogt und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.